Das Thema vegan ist in aller Munde und das Tolle ist, was mich sehr freut, also ich bin seit 20 Jahren jetzt vegan. Die ersten 15 Jahre dachte ich, die vegane Zähne bleibt immer so eine kleine, verschworene Zähne, jeder kennt jeden. Und in den letzten fünf Jahren hat sich da wirklich sehr viel getan. Worauf ich wirklich sehr stolz bin und was mich auch sehr freut, ist einfach die Schulungen von großen Unternehmen, ob das auch die Deutsche Bahn ist oder Bayer, die interessieren sich natürlich für das Thema vegan. Die wollen natürlich, dass die Menschen halt effektiv sind, produktiv sind und da gehört natürlich die Nahrung, die Ernährung halt elementar dazu. Was ich erfahre ist, wenn Menschen gerade im höheren Alter vegan werden, dass sie wirklich eine komplette Veränderung haben. Sie haben kein Sodbrennen mehr, sie sind leistungsfähiger, wo sie weniger essen müssen, weil der Körper, der Magen es einfach viel besser verdauen kann in dem Moment, also sie haben wirklich weniger gesundheitliche Beschwerden. Das vegane Kochen in Deutschland ist relativ schwierig zu bewerkstelligen, weil du keine Ausbildung machen kannst. Also ich musste sehr viel mir Autodidakt beibringen, waren sehr viele Praktikers gewesen in vegetarischen Restaurants. Und da habe ich so meine Fähigkeiten her. Das Miomato zurzeit ist mein eigenes Restaurant. Man hat einerseits eine gesunde Ernährung und man spart enorme Mengen von Ressourcen ein, wenn man einfach mal bedenkt, dass für ein einziges Kilo Rindfleisch sage und schreibe 15.000 Liter Wasser und 13 Kilo Getreide verwendet werden. Wenn wir das Ganze jetzt als Fleischalternative nehmen, benötigen wir nur ca. 1500 Liter Wasser und dann haben wir ein ähnliches Produkt, das vom Geschmacklichen wirklich so toll ist, dass der Laie keinen Unterschied schmecken würde. Ich denke mal, das ist so einer der größten Wünsche, dass wir wirklich die Qualität steigern können, dass wir das Angebot steigern können und dementsprechend das Ganze wirklich in die Gesellschaft bringen können.